Ich finde, es klingt sehr schwer. Nein, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Er trimmt den Müll nur abkampfen und sagt, Louis ist leicht zu behebeln. Nein, man geht es nicht mehr. Er trimmt sich nicht mehr. Nein, ich wollte es nicht mehr fahren. Das ist gut. Wir kommen ja nicht schon. Wir kommen nach Dominik, wenn es ein Müll war. Ich habe noch ein Müll gefühlt. Er ist am Settbeaut drin und hat gesagt, dass ich heute nicht mehr verletzt habe. Ich habe noch ein Müll gefühlt. Ich habe noch ein Müll gefühlt. Ich habe noch ein Müll gefühlt.